So, wir haben heute den 23. Januar 2015 und es sieht momentan so draußen aus. Alles schön mit rau reif, wie man hier sieht. Wie man hier schön an den Bäumen sehen, da ist rau reif dran. Und das ist auch so ein bisschen neblig, wie man hier sieht. Ein bisschen nebel hat sich ja auch gebildet und so sieht das insgesamt alles aus. Hier alles schön mit rau reif überzogen. Hier sieht man zum Beispiel auch einen Teich, der ist auch zugefroren, weil die Temperatur bei minus 1 Grad liegt. Und hier kann ich auch mal ein bisschen ranzoomen. Kann man hier relativ gut sehen. Da hinten auch vor allem die Bäume sind hier auch richtig schön gefroren. Und ich werde jetzt gleich nochmal die Eiskristalle heranzoomen. Da habe ich übrigens nochmal ein bisschen Eis von dem Teich hier. Hier sieht man zum Beispiel Eiskristalle. Die mal rauf fixieren, hier sieht man die richtig wunderbar. Wie sie sich hier gebildet haben. Hier ebenfalls. So, sieht man die wieder. Der Boden sieht auf, ein bisschen rau reif überzogen. Und hier natürlich die ganzen Bäume wieder hier. Ist auch alles ein bisschen rau reif überzogen. Oder hier ist auch ein bisschen rau reif dran. Auch hier an so Spinnnetzen ist auch ein bisschen was dran. Und das ist auch ein leichter Wind momentan. Dabei sieht man aber auch hier zum Beispiel, ist auch zum Beispiel rau reif dran. Oder da hinten die Bäume. Da kann ich nochmal jetzt deutlich ranzoomen. So sehen die aus der Nähe aus. So sehen die aus der Nähe aus der Nähe aus der Nähe aus.